jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu der zweiten folge von cat goes fishing gerade direkt nach nach der nächsten nach der nächsten nach der nächsten folge aufgenommen fangen wir jetzt zwei neue round fans und ich hasse die die ich habe das spiel zwar geschlossen aber das direkt neue fische spawnen das sehe ich irgendwie nicht ein so das heißt nein 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 nicht du verpiss dich als erstes so der ist jetzt irgendwo da unten keine ahnung so geil dann für den muster fisch den weg dann auch gleich haben das ist schon zu weit geworfen ja dann habe ich erstmal den super der würde sonst auch aufregen jetzt so richtig mit verstand spielen alter das mache ich jetzt zum ersten mal so und schade ich finde ich einen round fan oder sie können ja das ist ja was den würde ich mir nur auch gleich verkaufen kommt noch der andere mach nicht diese ich sagte mach nicht diese nee oder das kann doch gerade nicht wahr sein oder das kann doch gerade nicht wahr sein oder ja geil 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 ich würde jetzt zwar irgendwas kaputt machen wollen aber das spiel mich doch immer noch verarschen oder also ich brauche dieses scheiß upgrade jetzt warte ich mal so ein bisschen jemand sieht hier gar nicht dass hier es ist alles so dünn ist genauso wie was das genau ein millimetern vorbei und er holt sich den einfach nicht und der fliegt schon eine halbe stunde ich will nicht mehr ich will nicht mehr gut was erlauben so für die es nicht wissen ich lade gerade auch das erste video hoch im moment wie oft ist das jetzt schon passiert ich kann mir jetzt sehen und tue mir jetzt den muster fisch danke nein ich wollte ihn noch nicht ins wasser speisen ja das spiel ist ganz ich dachte schon der beißt an oh mein gott war das belastend also es wäre eigentlich zwar es wäre zwar gut aber halt der wäre dann angebissen worden ja das ist genauso nicht anders zumindest weiß ich dass die around fans sind nein okay den gönne ich mir jetzt schon wieder ey ne oder hör auf verpiss dich mal bitte okay zumindest den hier für die quest für die quest ich kann mir erst mal so bei two rockets erst mal so rising so 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 okay ich habe gar kein geld geil so 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 er gibt ein bisschen geld so 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 geil diesen fisch hatte ich ja noch nie so ist doch angenehm einfach angebissenen fisch bekommen ein tank fin 1600 so jetzt die rocket cool freundlich so hast man kauf ist ja okay dann bin ich mir noch mal ein paar updates diving law und okay nicht genug geld was für fische kriege ich so ja die will ich haben diesen geil also geil zwar aber nicht falsch verstehen bitte danke galina wieso denn nicht die märz diving law letzte geil den wollte ich den kingfisch wollte ich schon immer haben den wollte ich schon immer haben der 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 dieger das wort gegen jeden gefühls aus digga 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 nein ey 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 will er mir gerade einfach knochen verspäden alter okay den hole ich mir dann hole ich mir einen fettsack von da unten nein 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 bitte nicht bitte nicht das wäre doch nicht mehr weit gewesen ja dann werfe ich zu kurz das video ist gerade 17 prozent hochgeladen das ist echt angenehm oh mein gott oh mein gott ich will nicht mehr bitte wer natürlich hat sich ja gelohnt ok 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 ich bleib mal gechillt oder ich versuch's zumindestens ich versuch's zumindest geil jetzt habe ich den bekommen das ist gut das ist super 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 ähm ja das ist alter wir haben jetzt nur zwei challenges innerhalb von 9 9 9 minuten geschafft das ist geil den wollte überhaupt immer immer wieder gern nicht ja auch wenn er ziemlich viel kostet der was juckt mich dass ich will die quest haben da bekomme ich vielleicht sogar noch mehr geld also der kostet denke ich 2500 dieser fisch ich bin mir nicht sicher ähm ja alter kurz vorm level up geil level up level up 35.000 jahr das war es auch wieder mit meinem hoffnung ein boot zu haben ey wieso ja ok danke i love you so much ich will euch nicht ich will wieso gibt es hier ab diesem level nicht schon das scheiß upgrade also diese ähm diese baits diese baits auch zumindestens der dem brauche ich um diesen größten bait also kein clickbait aber so ein so ein so ein bait halt diesen bait das ist ein bait das heißt man betet sich die klicks so ich will nicht mehr da frisst mein fisch ganz weg also ich brauche den nicht ey von wo kam der jetzt bitte geil denn gar nicht mehr jetzt würde ich es schaffen ich würde es sogar schaffen ich würde es sogar schaffen was wirf ich hier richtig weit weg immer digger willst du mich flicken digger was digger willst du mich auf den arm nehmen komm 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 das wird das wird das wird natürlich nichts geil das hat sich gelohnt geil 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 ey ey wieso werfe ich wieder so weit weg ich wollte den scheiß king king fisch nicht was war das war das war das für ein blauer fisch ich will diesen scheiß juan finde ich geil danke ey man bitte spiel ja komm 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 ja super super gemort bitte nicht ja ich sag ja ich schaff das vielleicht mit einer rocket ja ich hätte es geschafft wer da nicht dafür so erstmal noch eine rocke gekauft okay hier ist ein fisch bei lesen da okay das ist gut zu wissen dann werfe ich das kann wie soll ich das schaffen ohne halt zu weit werfen werde ich das so schaffen nee also ich brauche schon eine rocket geil ne galina bräuchte haha okay nach der quest nach der quest okay so wie werfe ich nicht ganz so weit das ist ziemlich schwer nein oh mein gott oh mein gott war das gerade schwer das war nicht ganz so ja ich hab's ja ich hab's ja geil drei muster fische das ist nicht ganz so schwer aber ich sag mal falls es euch gefallen hat lasst einen like da falls nicht dann nicht das dann halt einen daumen nach unten da und schreibt einen kommentar und nicht abonnieren vergessen dann tschüss und haut rennen